Tencent übernimmt die Mehrheit des deutschen Studios Jäger Development, Marvel's Avengers warnen Streamer, dass ihre IP-Adresse on-screen gezeigt wird und PUBG holt X-Faktor-Legende Jonathan Frakes ins Fernsehen zurück. Ich bin Natascha und das sind die News. Im Februar 2020 hat der chinesische Tech-Gigant Tencent eine Minderheitenbeteiligung am deutschen Entwicklungsstudio Jäger erworben. Nun hat das Unternehmen nochmals Geld investiert und die Mehrheit von Jäger Development übernommen, wie Games Wirtschaft berichtet. Jäger ist ein Entwicklungsstudio in Berlin, das ursprünglich 1999 von Timo Ullmann, Uwe Benecke, Roman Golker, Philipp Schellbach und Matthias Wiese gegründet wurde. Den internationalen Durchbruch schaffte das Studio 2012 mit Spec Ops The Line. Inzwischen hat die Firma 140 Angestellte. Tencent Holdings ist eines der größten und einflussreichsten Unternehmen in der Games-Branche und hält Beteiligungen bei einigen wichtigen Entwicklern und Publishern. Riot Games ist 100%ige Tochter des Unternehmens, beim finnischen Mobile-Games-Studio Supercell halten sie 84% der Anteile, bei Epic Games 48% und jeweils 5% bei Paradox, Activision Blizzard und Ubisoft. Nach der Übernahme der Mehrheit bei Jäger soll die Firmenstruktur und Führung unabhängig bleiben. Das Studio erhält besseren Zugang zu den Entwicklungs- und anderen Ressourcen sowie strategische Beratung, wie es in der Pressemitteilung heißt. Games Wirtschaft hat ein exklusives Interview mit Timo Ullmann geführt. Er sagte, die ursprüngliche Minderheitenbeteiligung sei ein Test gewesen, wie es läuft. Die Zusammenarbeit stärke die langfristige Arbeitsplatzsicherheit und ermöglicht es dem Studio, Verantwortungsbereiche selbst in die Hand zu nehmen, die man bisher Publishern überlassen müsste. Die Gründer werden auch weiterhin Teil des Studios bleiben. Bei Jäger ist derzeit der Online-Shooter The Cycle in Arbeit. Dem Projekt stehen nun einige Änderungen bevor. Außerdem sei ein weiteres Spiel in Entwicklung, das im Moment aber noch unter Verschluss ist. Achtung oder Obacht, wie man hier bei uns sagt, wenn ihr das Spiel Marvel's Avengers streamt. Denn das neueste Update 1.8.0 hat ein massives Sicherheitsrisiko ins Spiel gebracht. Am unteren Bildrand werden nämlich private Informationen angezeigt, darunter auch der Benutzername und eure IP-Adresse. Die meisten Menschen können mit IP-Adressen wahrscheinlich nichts anfangen, aber sie ist eure individuelle Identifikation nach draußen im Internet und wer euch Böses will, kann damit großen Schaden anrichten. Betroffen zu sein scheint nur die Playstation 5 Version von Marvel's Avengers, aber prüft das am besten selbst. Das Studio ist sich des Problems bewusst und warnt davor, Screenshots zu teilen oder das Spiel zu streamen. Sie wollen heute Abend um 17 Uhr unserer Zeit einen Hotfix nachliefern, der das Problem beheben soll. Krafton erweitert das Universum von PUBG und holt Jonathan Frakes für eine neue Folge Mysteries Unknown vor die Kamera. Jonathan Frakes kennen einige wahrscheinlich noch als Commander William Riker vom Raumschiff Enterprise oder natürlich als Host der Mystery Show X-Faktor Das Unfassbare, wo er uns unfassbare Geschichten gezeigt hat und am Ende erzählt hat, ob sie wahr oder frei erfunden sind. Mysteries Unknown baut auf diesem Hang zum Mystery auf und erzählt als investigative Doku-Serie die offizielle Geschichte hinter dem schrecklichen Wettkampf von PlayerUnknown's Battlegrounds. Bisher sind bereits zwei Folgen der Serie erschienen, Mysteries Unknown – Strategy at Dinoland und Mysteries Unknown – Paramount. Diese beiden Folgen sind aber deutlich kürzer und erinnern eher an die Clips, die in X-Faktor eingespielt wurden. Auf diesen beiden Folgen baut die neue Episode, Birth of the Battlegrounds auf, sie ist aber deutlich länger und zeigt vom Aufbau bis zum Studiokulisse sehr deutlich die Inspiration. Frakes führt Gespräche mit Insidern und Experten, um die Hintergrundgeschichte von Battlegrounds zu erforschen, von ihrer anfänglichen Konzeption bis zu ihrer tödlichen Entwicklung. Dargestellt wird diese Doku als wäre Battlegrounds eine wahre Begebenheit. Wie bereits angekündigt führt Overwatch Crossplay über alle Plattformen ein. Mit dem neuen Update ist das jetzt auch aktiviert. Wer auf Konsole spielt, muss sich einen Battle.net Account anlegen und ihn mit der jeweiligen Konsole verbinden. Wie das geht, wird in einem kurzen Trailer gezeigt. Crossplay befindet sich jetzt aber erstmal in der Beta. Zusätzlich wurde mit dem neuen Update auch Ashes Deadlock-Herausforderung ins Spiel gebracht, mit der die Veröffentlichung des neuen Romans Deadlock Rebels von Lindsay Eli gefeiert werden soll. Bis zum 5. Juli könnt ihr Belohnungen wie zum Beispiel Ashes neue Deadlock-Skin freispielen. Außerdem gibt's für jeden, der sich bis zum Ende des Jahres einloggt, eine goldene Lootbox geschenkt. 2019 kündigte Epic Games ein neues Projekt an, mit dem sie das Cross-Plattform-Multiplayer-System, das sie für Fortnite entwickelt haben, für alle Entwicklerinnen und Entwickler kostenlos zur Verfügung stellen wollen, sogar wenn sie ihre Spiele auf Steam veröffentlichen. Heute wurde dem System zwei neue Features hinzugefügt. Voice Chat und Anti-Cheat Beim Anti-Cheat-System handelt es sich um Easy Anti-Cheat, das unter anderem von Apex Legends, Dead by Daylight, Halo und Rust verwendet wird. Epic hat Easy Anti-Cheat 2018 gekauft und stellt es in Zukunft kostenlos zur Verfügung. Auch das Voice Chat-System ist das, das bereits in Fortnite verwendet wird und funktioniert plattformübergreifend. Solche Features können gut und gerne Tausende, wenn nicht Millionen Euro kosten, aber Epic verschenkt sie quasi einfach. Epics Ziel ist, mehr Entwicklern die Möglichkeit zu geben, Cross-Plattform-Spiele zu entwickeln, die Communities zu verbinden, die Spiele-Industrie wachsen zu lassen und die Vision vom Metaverse zu realisieren. Gemeinsam, heißt es in einer Stellungnahme. Metaverse ist ein Wort, das man aus dem Mund von Epic Chef Tim Sweeney in letzter Zeit häufiger hört. Er meint damit ein gemeinsames Gaming- und Unterhaltungs-Ökosystem, das über die Grenzen der verschiedenen Systeme und Plattformen hinweg funktioniert und wächst. Valve hat ein ähnliches System, wenn auch eben auf, nun, Steam reduziert. Steamworks. Auch sie bieten mit Valve Anti-Cheat ein kostenloses Anti-Cheat-Programm für ihre Entwickler an, sowie Freundeslisten, Matchmaking, Voice-Over und so weiter. Kommt Ghost of Tsushima eventuell bald auf den PC? Nope, wahrscheinlich nicht, sorry. Diese Spekulation kam auf, weil auf dem Cover-Artwork des Spiels plötzlich der kleine Hinweis only on PlayStation verschwunden ist. Ein User hat diese Entdeckung auf Reddit geteilt, allerdings wurde der Thread bereits als misleading, irreführend gekennzeichnet. Tatsächlich verzichtet Sony seit der Markteinführung der PlayStation 5 auf das Logo. Mehrere aktuelle Exklusivtitel, die mit Sicherheit nicht so bald auf den PC kommen, zum Beispiel Ratchet & Clank Rift Apart oder Demon's Souls, haben ebenfalls keinen entsprechenden Hinweis auf der Verpackung. Es ist natürlich nicht auszuschließen, dass Ghost of Tsushima irgendwann auf den PC kommt, immerhin hat Sony bereits angekündigt, mehr Spiele für den PC zu veröffentlichen, aber nur die Umgestaltung der Box ohne den Sticker ist kein ausreichender Hinweis, dass es jetzt schon so weit ist. Die Dreharbeiten zum Borderlands-Film sind abgeschlossen. Das twitterte Gearbox Official und postete ein Foto von Claptrap. Aber wer jetzt denkt, dann kann es ja bis zum Release nicht mehr lange dauern. Nein, tut mir leid, Post-Production wird auch nochmal ne ganze Weile dauern. Nur so als Beispiel, die Dreharbeiten zu unserer News-Sendung dauern im Schnitt so zwischen 10 und 20 Minuten. Heute haben wir zum Beispiel um kurz nach halb zwölf angefangen, jetzt ist es 11 Uhr 52. Die Post-Production dauert aber nochmal ein paar Stunden. Bei Borderlands wird es wahrscheinlich noch mindestens ein paar Monate dauern, bevor überhaupt ein Datum kommuniziert wird. Und damit bin ich auch schon wieder raus für heute. Morgen steht an dieser Stelle wieder der Michi und präsentiert euch die wichtigsten Neuigkeiten aus der Welt des Gaming. Wenn euch die Show gefallen hat, dann abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke. Neben den News haben wir noch jede Menge weiterer cooler Sachen hier auf dem Kanal, wie zum Beispiel Previews, hier eine zu Atomic Heart oder auch ganz regelmäßig unsere Trailer-Rotation. Oder haben wir sie vielleicht nur hinters Licht geführt? Ihre Natascha Wecker. Leidenschaft Spiel Ich werde Ich werde Die Gabe Flauen hears Die Aber